Joja meine Leute herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2 und ja wie ihr schon hört es ist ein neues Headset oder ein neues Mikrofon am Start des Logitech X Pro wenn ihr wollt verlinke ich euch das ganz gerne in der Videobeschreibung und ja wie ich sagen steigen wir das Geschehen ein wir fahren mit einem Newland City als Diesel Variante mit dem schönen Krefrad repaint äh gefällt mir auch sehr gut äh schaue ich mal was wir jetzt hier finden dass wir von fairgesagt nach Hammerspec fahren ist die Linie 98 wir fahren Bremen Nord so genau ähm das passt das passen wir auch mal Fenster auf ja das piept die Karre weil er keine Luft hat 202 08 müsste es sein oh ne was waren die die ach quatsch 15 067 genau fahr mal 08 08 08 08 Hammerspec genau so haben wir um 11 uhr 6 abfahrt äh so schau mal vor hier geht die Fahrt auch los ja Bremen falls bei euch Bremen hängt äh probiert doch einfach mal die andere Version äh von Bremen auf da wo das äh Schlenkebit von dem Zitaro C2 drauf ist probiert er das mal ganz einfach weil die Version läuft echt super genau so Fahrkartenverkauf fahren wir an guten Tag hallo guten Tag so 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 ja genau sonst gibt es was gibt es zu erzählen ja nicht viel wie immer gestern schön Geburtstag gefeiert von mir ich bin wer es wissen möchte 23 geworden genau so ich hoffe es übersteuert nicht weiß ich hab ich hab das Mikro schon tatsächlich relativ weit weg ähm wir machen am besten das beste draus genau ja wenn euch wie gesagt die Southport runterladen wollt gibt es in der Webdisk äh einfach mal eingeben und dann passt das genau genau ja ja Okay. Ja, man kann auch die Karte mittlerweile mal mit allen Objekten anfahren, was auch natürlich sehr, sehr schön ist, muss man mal so sagen, weil sonst nicht der Fall, weil die Performance war ja grauenhaft. So, will einer mit und einer raus. Ja, die Kollision fahren wir auch natürlich. Äh... Fuck. Ja, war mein Fehler, ich weiß, es war rot. Passiert. Alles klar. Oh, Mann. So, hier gehen ab und zu mal die Schranken runter. Das ist total komisch. Naja. Und hier fahren wir jetzt rechts rum. Junge, fährst du? Ah, ihr könnt doch gar nicht aussteigen. Wollte mir nicht sagen. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Jun So, wer ist aber, ob euch das Netzwerk gefallen hat, lasst euch ein Abo da, dann rum. Bis nächstes Mal, macht's gut und tschüss.